Der Justizpalast in Nürnberg. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden in diesem Gebäude fast 200 Angeklagte verantwortlich gemacht für zwölf Jahre Diktatur, für Angriffskriege und Massenmord. Herzstück der Verfahren war das internationale Militärtribunal, der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher aus Deutschland. Am 20. November 1945 werden 20 hochrangige Naziführer mit dem Aufzug in den Gerichtssaal gebracht. Hermann Göring spielt bereitwillig den Nazi Nummer 1. Ihm folgen Großadmiral Karl Dönitz, den Hitler in seinem Testament zum Reichspräsidenten ernannte, sowie Hitlers Stellvertreter Rudolf Hess. Erstmal ist dieser Nürnberger Prozess eine ungeheure zivilisatorische Leistung. Wenn man sieht, dass man davon abkommt, nach diesem grauenhaften Krieg, nach dieser Gewaltexplosion, jetzt mit standrechtlichen Erschießungen oder schnellen Lösungen zu einem Ergebnis zu kommen, sondern wenn man tatsächlich sieht, hier wird bürokratisch, systematisch ein Prozess vorbereitet, ein Prozess geplant und schließlich durchgeführt. Das ist ja etwas, was es in der Weltgeschichte so noch nicht gegeben hat. Auf der Anklagebank sitzen skrupellose Minister und fanatische Ideologen, gnadenlose Militärs und barbarische Vollstrecker von Hitlers Wahl. Die Angeklagten zeigten nicht die Spur von Reue. Es war Teil ihres Stolzes, darauf zu beharren, dass sie alles richtig gemacht hatten und sie es wieder tun würden. Sie werden der Verschwörung angeklagt, Angriffskriege geführt, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben. Sie benahmen sich auf der Anklagebank, als sei dies kein faires Verfahren, als wüssten sie bereits, dass sie hängen würden. Warum also das Ganze? Die Alliierten waren doch sowieso höchst unfair in dieser Sache. Erstmals in der Geschichte sitzt eine ganze Staatsführung auf der Anklagebank. In den Augen der ehemaligen Naziführung verhandeln in Nürnberg die Sieger über die Besiegten. Ich konnte mir damals nicht vorstellen, dass irgendwelche vernünftigen Gründe vorhanden waren, diese Männer anzuklagen. Das habe ich natürlich hinterher besser verstanden. Keine siegreiche Nation und kein Bündnis hat je etwas so Kühnes und Kompliziertes gewagt, wie es die Alliierten mit den überlebenden Repräsentanten des Dritten Reiches tun. Es handelte sich nicht nur um einen Prozess gegen Deutsche, sondern um einen Prozess im Namen der Menschlichkeit. Dieser Prozess sollte verhindern, dass die Tyrannei noch einmal irgendwo in der Welt ihr Haupt erhebt. Die Anklage wirft Ernst Kaltenbrunner unter anderem vor, er habe bei seinen Besuchen im Konzentrationslager Mauthausen an Hinrichtungen teilgenommen, den Bau der Vergasungsanlage angeordnet und 1945 den Befehl Himmlers weitergeleitet, die überlebenden Häftlinge zu liquidieren. Sie sollten in den Stollen eines Bergwerkes getrieben werden, dann wäre der Eingang gesprengt worden. Kaltenbrunner bestreitet alle Vorwürfe. Die Filmaufnahmen, die amerikanische Kameraleute bei der Befreiung des Lagers bei Linz gedreht haben, sind den im Gerichtssaal Anwesenden noch aus Nazi-Concentration-Camps in Erinnerung. Wer war kurz vor Ende des Krieges für den Befehl verantwortlich, alle Insassen des Konzentrationslagers Mauthausen zu töten? Haben Sie die Frage verstanden, Angeklagter? Ja, Sie haben mich gefragt, wer diesen Befehl auf Tötung von Häftlingen am Kriegsende in Mauthausen gegeben hat. Darauf antworte ich, ein solcher Befehl ist mir nicht bekannt. Ich habe einen einzigen Befehl nach Mauthausen gegeben, der zum Inhalt gehabt hat. Das gesamte Lager und alle Häftlinge sind ohne jede Misshandlung dem Feinde zu übergeben. Dieser Befehl ist in Gegenwart des Zeugen Dr. Höttl von mir diktiert worden und durch einen Offizierskurier nach Mauthausen geschickt worden. Ich verweise auf die Aussage Höttl, in welcher er dies ausdrücklich bestätigt. Seine Unterschriften auf zahllosen Dokumenten versucht Kaltenbrunner wegzuerklären. Oder er bestreitet deren Echtheit. Sein hartnäckiges Leugnen erzeugt Bewunderung. Ein Verteidiger nennt ihn den Mann ohne Unterschrift. In ganz Europa fahnden die Ermittler immer noch nach flüchtigen Schergen Heinrich Himmlers. Zu den meistgesuchten zählt Rudolf Höss, der Kommandant des Vernichtungslagers Auschwitz. Die Ankläger erhoffen sich von ihm nähere Auskunft über die Funktionsweise der Todesfabrik und endlich genaue Zahlen der Opfer. Später im Verfahren, als unser Fall schon abgehandelt war, erfuhr ich, dass die Briten Rudolf Höss gefangen genommen hatten. Ich wusste, dass er Kommandant von Auschwitz gewesen war und bat die Briten, ihn zur Befragung nach Nürnberg zu bringen. Ich fragte ihn, Höss, wie viele Menschen, wie viele Männer, Frauen und Kinder haben Sie in diesen Anlagen umbringen lassen? Er sagte, zweieinhalb Millionen. Ich sagte, nun ja, eine Menge anderer Menschen sind auch durch Seuchen und so weiter umgekommen. Vielleicht nochmal eine halbe Million? Ich wollte diese ganzen Beweise unbedingt aufnehmen, aber unser Fall war da schon abgeschlossen und es gab keine Möglichkeit mehr, ihn wieder aufzurollen. Das war unglaublich. Kaufmann als Kaltenbrunners Rechtsanwalt hatte für diesen eine Verteidigungsstrategie entwickelt, nach der er direkt nach seiner Ernennung von Himmler persönlich den Befehl erhalten hatte, sich allein mit Geheimdienstfragen zu befassen und alle anderen repressiven Maßnahmen Müller zu überlassen. Und als Kaufmann hörte, dass Höss bestätigen konnte, dass Kaltenbrunner niemals in seinem Leben in Auschwitz gewesen war, berief er Höss als Zeugen in die Verteidigung. Unglaublich. So haben wir alles ins Protokoll hineinbekommen. Höss bestätigt zwar die Angaben Kaltenbrunners. Seine weiteren Aussagen sind für den Angeklagten verheerend. Er gibt an, dass zu seiner Zeit in Auschwitz Juden millionenfach vergast und verbrannt wurden. Später wird Höss die Zahl auf eine Million korrigieren. Der Holocaust wird im Nürnberger Gerichtssaal zur unleugbaren Tatsache. In dem Angeklagten Julius Streicher sieht die Schriftstellerin Rebecca West einen schmutzigen alten Mann von der Sorte, die Ärger in Parks macht. Streicher hat als Herausgeber des antisemitischen Hetzplatz Der Stürmer, so die Anklage, zum Judenmord angestiftet. Als Zeitungsmann, so verteidigt sich Streicher, habe er mit Morden nichts zu schaffen. Der Prozess sei himmelschreiendes Unrecht. Streicher beklagt sich im Gerichtssaal, dass ihm die Anklagebehörde einen antisemitischen Verteidiger verweigert habe. Ich bin fest, dass mir vor diesem internationalen Militätsgerichtshof eine unbehinderte und damit gerechte Verteidigung nicht möglich gemacht worden ist. Was gab Ihnen Veranlassung, das Lacher Dachau wiederholt zu besuchen? Jedes Mal, wenn ich in Dachau war, habe ich eine Anzahl, etwa 10 oder 20, ausgesucht, von denen polizeilich festgestellt worden war, dass sie nicht kriminelle Vorstrafen hatten. Und ich konnte für diese Leute die Garantie übernehmen. Ich kenne nur einen Fall, in dem ich mit der Auswahl von den Herausgeholten daneben langte. Karl Dönitz meint, keiner seiner Marineoffiziere hätte Streicher mit seiner schmutzigen Weste auch nur mit der Feuerzange angefasst. Der Großadmiral beschwert sich, es sei schlimm genug, die ganze Zeit bei Gericht dabei sitzen zu müssen. Und er sei froh, dass sein Fall nun bald verhandelt würde. Am 8. Mai 1946, auf den Tag genau ein Jahr nach der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht, geht Dönitz selbstbewusst in den Zeugenstand. Wir haben selbstverständlich alle Anklagepunkte, die wir kannten, genau durchgesprochen. Besonders die, die uns beide am meisten interessierten, nämlich die den Siegkrieg, den U-Boot-Krieg angingen. Ich habe vielleicht den Fehler gemacht, die anderen Dinge zu unterschätzen. Und da ist er in seinem Kreuzfall ja auch nicht so sehr glücklich gewesen. Und ich muss auch wieder sagen, in seinen politischen Äußerungen war ich von vorher eine völlig andere Ansicht und fand die also ziemlich schlimm. Er sagt ja immer, und das war ehrlich, er hat Hitler bis in die letzte Zeit hinein für einen ganz großen Mann gehalten. Verteidiger und Mandant sind vorbereitet. Haben Sie sich vor diesem Auslandsaufenthalt oder nach Ihrer Rückkehr 1935 bis zu Ihrer Ernennung zum Oberbefehlshaber der Kriegsmarine im Jahre 1943 irgendwie politisch betätigt? Ich habe mich politisch betätigt, erst am 1. Mai 1945 als Staatsoberhaupt wurde. Vorher nicht. Es war sowohl eine arbeitsmäßige Belastung bis an die Grenzen des physischen Möglichen, wie auch eine seelische Belastung, denn es stand ja immer ein Todesäußer im Hintergrund. Aber die Linie war für mich völlig klar, schon deshalb, weil ich von der Unschuld meines Mandanten überzeugt war. Also ich brauchte nicht wie viele der anderen Verteidiger erst mal über meinen eigenen Schatten zu springen. Und ich hatte in Düns einen Mandanten, der auf der einen Seite wunderbar Bescheid wusste, ein fantastisches Gedächtnis hatte, im Gegensatz zum Beispiel zu Ribbentrop, der von all seinen Verträgen nichts mehr wusste. Der Verteidiger war verzweifelt. Und der mit völlig freier Hand liest. Dann folgen die Kreuzverhöre. Der britische Ankläger Sir David Maxwell Five macht Düns für die Erschiessung uniformierter gegnerischer Sabotagetrupps verantwortlich. Sie seien exekutiert worden, obwohl sie wie Kriegsgefangene hätten behandelt werden müssen. Geben Sie zu, dass das der Grund war, warum der Befehl geheim gehalten wurde? Ja, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen, weil ich diesen Komando-Befehl nicht herausgegeben habe. Sie waren Oberbefehlshaber der Kriegsmarine. Wollen Sie behaupten, dass Sie nicht imstande sind, diese Frage zu beantworten? Dies ist Ihre letzte Gelegenheit. Wollen Sie antworten oder nicht? Ja, das will ich tun. Ich halte das für möglich, zumal der Jurist hier dieser Ansicht ist. Ob das stimmt, weiß ich nicht, weil ich den Befehl nicht herausgegeben habe. Andererseits steht in dem Befehl drin, dass diese Dinge im Wehrmachtsbefehl veröffentlicht werden. Einen Hauptvorwurf der Anklage, Dönitz U-Boote hätten ohne Vorwarnung Handelsschiffe versenkt, kann Verteidiger Kranzbühler ausräumen. US-Admiral Nimitz bestätigt, dass die Pazifikflotte der USA sich ebenso verhalten habe. Hitlers Leibarchitekt und Rüstungsminister Albert Speer hat eine Verteidigungsstrategie, die von den anderen Angeklagten abgelehnt wird. Übernahme allgemeiner Schuld, Abstreiten persönlicher Verantwortung. Der Sklaventreiber für die Rüstungsbetriebe Fritz Sauckel soll, so Speers Kalkül, für die gemeinsam begangenen Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden. Der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz hatte Speer acht Millionen ausländische Zwangsarbeiter beschafft. Das Elend der verschleppten, misshandelten und verhungerten Sklavenarmee im Nazireich geht auf sein Konto. Hilflos sitzt er im Zeugenstand. Allen ist klar, dass der brutale und primitive Mann an den Galgen kommt. Dort haben sie bezüglich der Werbung gesagt, man müsste einmal Schanghaien, wie das früher Mode gewesen wäre, um die Arbeiter zu bekommen. Diese Art war mir persönlich natürlich unsympathisch, aber ich war in so großen Schwierigkeiten angesichts der mir gestellten Forderungen, dass ich hiermit einwillig stehe, natürlich ohne dass jemals im amtlichen oder dienstlichen Verkehr dieser Begriff Schanghaien mit seiner Reminiszenz aus Übersee und dergleichen auch nur ärztlich in Erwägung gezogen worden wäre. Die spannende Frage für alle Prozessbeobachter ist, ob Sauckels Vorgesetzter Albert Speer seinen Hals aus der Schlinge ziehen wird. Als Rüstungsminister hat er Heerscharen von Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen in seinen Betrieben eingesetzt. Infolgedessen wirft ihn die Anklage Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Der Fall Speer ist für den 19. Juni 1946 zur Verhandlung angesetzt. US-Chefankläger Robert Jackson ist zuversichtlich, dass dieser Angeklagte die Einheitsfront der anderen durchbricht und Reue zeigt. Und Speers Strategie scheint aufzugehen. Er bauscht eigene Widerstandspläne auf. Immerhin habe er Hitlers Politik der verbrannten Erde im letzten Moment verhindert, verteidigt er sich. Die Kenntnis der grausamen Behandlung der Zwangsarbeiter streitet Speer wieder besseres Wissen ab. Und belastet Fritz Sauckel. Wie kam diese Sitzung zustande? Sie wurde auf Wunsch Hitlers einberufen. Aus welchem Grund? Um die Streitigkeiten zwischen Sauckel und mir zu beenden. Was war die Entscheidung Hitlers? Die Entscheidung war ein unbrauchbarer Kompromiss, wie oft bei Hitler. Die Sperrbetriebe sollten aufrechterhalten werden. Und Sauckel ließ sich dazu den Auftrag geben, 3,5 Millionen Arbeitskräfte aus den besetzten Gebieten zu holen. Dabei gab Hitler schärfste Weisung über OKW an die Militärbefehlshaber, den Forderungen Sauckels mit allen Mitteln nachzukommen. Waren Sie mit dieser Entscheidung einverstanden? Nein, keineswegs. Von ihm eine Lieferung des neuen Giftgases verlangt. Und damit ein Attentat gegen Hitler... Speers unbewiesene Behauptung, er habe gegen Kriegsende gar den Diktator selbst umbringen wollen, kommentiert Göring mit den Worten, wir hätten ihm nie vertrauen sollen. Es blieb meiner Ansicht nach kein anderer Ausweg. Und in meiner Verzweiflung wollte ich diesen Schritt gehen. Denn es war mir ab Anfang Februar klar geworden, dass Hitler mit allen Mitteln ohne Rücksicht auf das eigene Volk den Krieg fortsetzen wollte. Es war mir klar, dass er bei einem Verlust des Krieges sein Schicksal mit dem des deutschen Volkes verwechselte und dass er in seinem Ende auch das Ende des deutschen Volkes sah. Es war außerdem klar, dass der Krieg so vollständig verloren war, dass auch die bedingungslose Kapitulation angenommen werden musste. Wollten Sie das Attentat selbst durchführen? Warum scheiterte diese Ihre Absicht? Ich möchte über die Einzelheiten hier nicht weiter mich ausführen. Ich konnte es nur persönlich durchführen, weil seit dem 20. Juli nur ein engerer Kreis noch Zutritt zu Hitler hatte. Speer leugnete, von Vernichtungsplänen und Vernichtungslagern gewusst zu haben. Aber für den Militärapparat, die Militarisierung, die Sklavenarbeit, hat Speer grundsätzlich Verantwortung übernommen. Jackson hat kein Schuldeingeständnis eines Angeklagten bekommen, aber er hat einen, der sich bekennt, der den Bemühungen der Anklage wohlgesonnen ist. Und das legitimierte Jacksons Handeln. Indem Speer sich verteidigte, verhört von Jackson, wurde er zu einem wichtigen Zeugen für die Sache. Hartnäckig hält sich das Gerücht, es habe eine Absprache zwischen Albert Speer und dem amerikanischen Chefankläger gegeben. Seit Lebens haben beide abgestritten, dass es einen Deal gab. Dagegen spricht, dass Speer offenbar nur sehr knapp dem Henker entwischt ist und die amerikanischen Richter ihn zum Tode verurteilen wollten. Wahrscheinlich ist, dass gute Manieren, freundliches Auftreten und öffentliche Reue reichten, um Jackson und sein Team zu beeindrucken. Am meisten beeindruckt hat mich Albert Speer. Nicht gleich am Anfang, aber später in der Beweisaufnahme. Er war einer der wenigen, die sich beinahe schuldig bekannt hätten. Er gab Verbrechen des Regimes zu, wollte sie aber in den meisten Fällen nicht selbst begangen haben. Er war wahrscheinlich der aufrichtigste von allen. Und ich war außerordentlich beeindruckt wegen seiner Versuche, ganz am Ende des Krieges, Hitlers Befehl der verbrannten Erde, der Zerstörung von allem, zu sabotieren. Am 4. Juli 1946 nach über 170 Verhandlungstagen beginnen die Plädoyers. Zunächst der Verteidiger, dann der vier Chefankläger. Die Fronten sind auch nach fast acht Monaten unverändert. Herr von Rüppentrop und mancher der anderen Angeklagten besaßen ohne Zweifel bedeutende Macht in ihrer eigenen Hitler nicht interessierenden Sphäre. Eine Teilnahme an den großen Entscheidungen über Krieg und Frieden, Waffenstillstand, Friedensangebote und so weiter war ihnen völlig versagt. Die Hinterstellung des Außenministers, wie Herr von Rüppentrop sie bekleidete, konnte kein selbstständiger Kopf gebraucht werden. Alles, was den Anschein einer Beratung hat, ist in Wahrheit Befehlsempfang. Für Robert Jackson sind die notwendigen Beweise für die Schuld aller Angeklagten erbracht worden. In seinem Schlussplädoyer beschwört er noch einmal die Vision von der Kriminalisierung von Angriffskriegen. Seinen Glauben, dass die Welt von nun an Aggressoren nie wieder straflos davonkommen lassen wird. Herr Präsident und Mitglieder des Gerichts, es ist unmöglich, in einer Zusammenfassung mehr als nur einen Überblick über die zentralen Punkte des wahnsinnigen und melancholischen Protokolls dieses Prozesses zu geben, das als historische Darstellung der Schande und Verderbtheit des 20. Jahrhunderts existiert. Diese Angeklagten verlangen heute, von diesem Gerichtshof sie für nicht schuldig zu erklären, an der Planung, Ausführung oder Verschwörung zur Begehung dieser langen Liste von Verbrechen und Unrecht. Sie stehen vor dem Material dieses Prozesses, wie der blutbefleckte Gloster an der Bahre seines erschlagenen Königs. Er bat die Witwe, wie die Angeklagten sie bitten, sage, dass ich sie nicht erschlagen habe. Und die Königin antwortet, dann sage, sie sei nicht erschlagen worden, aber sie sind tot. Wenn sie von diesen Männern sagen sollten, dass sie nicht schuldig seien, so wäre es ebenso wahr zu sagen, dass es keinen Krieg gegeben habe, dass niemand erschlagen und kein Verbrechen begangen worden sei. Auch am Ende des Prozesses ist die Frage unbeantwortet, ob man von nun an Regierungen für Staatsverbrechen zur Rechenschaft ziehen kann. Von der Entscheidung des Gerichts wird abhängen, ob die Vision des Chefanklägers Wirklichkeit wird. Die acht Richter ziehen sich zu ihren Beratungen zurück. Sie allein entscheiden über Urteile und Strafmaß. Justice Jackson nimmt derweil einen Pressetermin wahr, um seinen Nachfolger vorzustellen. General Telford Taylor wird als Chefankläger die sogenannten Nachfolgeprozesse im Nürnberger Justizpalast organisieren. Zwölf Verfahren gegen Ärzte, Militärs, Industrielle, Ministerialbeamte und die Schergen Heinrich Himmlers. Jackson reist zurück nach Washington, um seine Arbeit als Richter am obersten Gerichtshof wieder aufzunehmen. In einem ist er sich sicher. Von nun an wird kein Staatsführer und kein General mehr unschuldig sagen, der Krieg sei die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Der Fall war gelaufen. Die Beweise waren überwältigend. Die Angeklagten waren nicht imstande gewesen, sich zu rechtfertigen oder ihre Unterschriften abzustreiten, ihre Anwesenheit bei Konferenzen, ihr Wissen um all die Aspekte der Anklagepunkte. Gegen Ende der Verhandlung war sich Jackson also sicher, dass er als Ankläger seinen Job gemacht hatte. Er war einigermaßen besorgt, was die Richter nun tun würden. Er erwog nicht einmal die Möglichkeit, dass der Fall verloren werden könnte, dass es zu Freisprüchen kommen könnte bei einer großen Anzahl individueller und einzelner Anlagepunkte. Der Prozess ist noch nicht vorbei. Vier weitere Wochen werden sich Ankläger und Verteidigung mit den Organisationen befassen, die mit den Naziführern zusammen als verbrecherisch angeklagt sind. Neben SA und SS auch die Reichsregierung und das Oberkommando der Wehrmacht. Dann endlich, am 31. August 1946, bekommen auch die Angeklagten die Gelegenheit zu einem Schlusswort. Die meisten behaupten noch immer, sie hätten persönlich in gutem Glauben gehandelt oder Befehle befolgt. Hermann Göring gibt nun auch die letzte Schlacht für seinen Führer verloren. Hitler, so verrät er dem Gerichtspsychologen, habe sich selbst verurteilt. Es ist sein letzter großer Auftritt. Ich habe keinen Krieg gewollt oder herbeigeführt. Ich habe alles getan, ihn durch Verhandlungen zu vermeiden. Als er ausgebrochen war, tat ich alles, den Sieg zu sichern. Vorweg äußere ich die Bitte an das Gericht, im Hinblick auf meinen Gesundheitszustand, sitzenbleiben zu dürfen. Schönen Sie? Rudolf Hess hat seit seinem spektakulären Auftritt im Dezember im Saal kein Wort mehr gesprochen. Jetzt nutzt er die letzte Gelegenheit zu einem wirren Redeschwall. Einige meiner Kameraden hier können bestätigen, dass ich bereits zu Beginn des Prozesses Folgendes voraussagt. Erstens, es würden hier Zeugen auftreten, die unter Eid unwahre Aussagen machen. Zwischenfügen möchte ich noch, hinsichtlich meines Eides, ich bin kein kirchlicher Mensch. Ich habe kein inneres Verhältnis zu den Kirchen. Aber ich bin ein tief religiöser Mensch. Ich bin überzeugt, dass mein Gottglaube stärker ist als der der meisten anderen Menschen. Umso höher bitte ich, das Gericht zu werten, was ich unter Eid, unter ausdrücklicher Berufung auf Gott aussage. Ich muss den Angeklagten Hess leider unterbrechen. Er hat schon mehr als 20 Minuten geredet. Das Gericht hat den Angeklagten jedoch mitgeteilt, dass es ihnen nicht erlaubt ist, jetzt noch Erklärungen in großer Länge abzugeben. Wir müssen heute noch alle Angeklagten hören. Das Gericht hofft daher, dass der Angeklagte Hess seine Rede beendet. Ich habe geirrt und war nicht imstande zu verhindern, was hätte verhindert werden müssen. Das ist meine Schuld. Es ist tragisch, einsehen zu müssen, dass das Beste, was ich als Soldat zu geben hatte, Gehorsam und Treue für nicht erkennbare Absichten ausgenutzt wurde. Und dass ich nicht sah, dass auch der soldatischen Pflichterfüllung eine Grenz gesetzt ist. Das ist mein Schicksal. Ich weiß nur, dass ich meine ganze Kraft meinem Volk in einem Glauben an Adolf Hitler zur Verfügung stellte. Ich konnte als deutscher Soldat nur in den Dienst der Abwehr jeder zerstörten Kräfte mich stellen, die Deutschland einst schon nahe an den Abgrund gebracht hatten. Entbehrungen und Elend sind über das deutsche Volk gekommen. Es wird nach diesem Prozess Hitler als den erwiesenen Urheber seines Unglücks verachten und verdammen. Die Welt aber wird aus dem Geschehen lernen, die Diktatur als Staatsform nicht nur zu hassen, sondern zu fürchten. Was bedeutet mein eigenes Schicksal nach allem, was geschehen und bei einem solch hohen Ziel? Der Justizpalast von Nürnberg leert sich. Die Richter tagen hinter verschlossenen Türen. Das Herzstück der Anklage, der Vorwurf der Verschwörung bereitet vor allem den amerikanischen Richtern Probleme. Kann man in einem machtlosen Ja-Sager wie Wilhelm Keitel einen ruchlosen Verschwörer sehen? Oder verstecken sich alle Beteiligten an den maßlosen Verbrechen nur hinter Hitler, haben ihn aber bedingungslos unterstützt, als er sie plante und ausführte? Robert Jackson ist unruhig. Er kehrt aus Washington nach Nürnberg zurück, um in der Nähe des Geschehens zu sein. Er fragte sich, was genau das Tribunal tun würde, besonders als es den ersten Termin verstreichen ließ und weitere zehn Tage brauchte. Vielleicht ist das nur natürlich, so wie in alten Zeiten ein Vater von dem Entbindungszimmer ausharrte oder ein Anwalt vor dem Raum der Geschworenen. Man wartet auf ein Urteil, man wartet auf ein Ereignis, man ist nervös. Vier Wochen beraten die Richter, debattieren über Urteilsbegründungen und Strafen. Man prüft noch einmal in jedem Einzelfall die Beweise. Manches Urteil fällt schnell, andere Angeklagte sind heftig umstritten. Die französischen Richter scheuen die Todesstrafe, desgleichen dem Freispruch. Die sowjetischen Richter sind überzeugt, dass alle ausnahmslos ihr Leben verwirkt haben. Draußen werden Wetten abgeschlossen. 1. Oktober 1946. Noch einmal blickt die ganze Welt auf Nürnberg. Das internationale Militärtribunal soll an diesem Tag über das Schicksal der angeklagten Naziführer entscheiden. Die Schriftstellerin Rebecca West schreibt, eine Maschine kam zum Stillstand. Eine großartige Maschine, mit deren Hilfe die Menschheit ungeachtet ihrer wankenden Entschlusskraft und ihrer so häufigen Todessehnsucht das Leben verteidigt hat. Die Berliner Journalistin Ruth Andreas Friedrich notiert, seit fast einem Jahr ist die Auslandspresse mit Berichten über das Nürnberger Verfahren überschwemmt. Typisch für die Deutschen, dass das Schicksal ihrer Kriegsverbrecher ausgerechnet sie am wenigsten interessiert, tadeln noch immer die Alliierten. Und vergessen dabei, von diesem Tadel abzuziehen, dass die Welt am Nürnberger Prozess weit größeres Interesse haben muss als gerade die Deutschen. Denn wofür führten wir diesen Krieg? Wofür wurde mein Sohn, mein Bruder, mein Vater in einem fremden Land zum Krüppel geschossen? Fragt sich der Bürger Amerikas, der kanadische Bauer, der australische Farmer. Damit diese Verbrecher an den Galgen gehängt werden, antwortet die alliierte Presse. Antwortet es mit täglichen Reportagen aus dem Nürnberger Gerichtssaal, mit Scheinwerfern und Stimmungsbildern, mit Dokumentenmaterial und detaillierter Milieuschilderung. Die Nürnberger Prozessberichte haben den Tod von Millionen von Menschen zu rechtfertigen. Also sind sie gut, also sind sie notwendig. Nicht zu sehr für uns, sondern für den Farmer in Oklahoma, der dem abgeschossenen Bein seines Sohnes einen Sinn geben muss. Ein letztes Mal gehen die Angeklagten durch den unterirdischen Gang vom Gefängnis ins Gericht. Ein Aufzug bringt sie direkt in den Saal. Filmaufnahmen der Delinquenten hat das Gericht verboten. Die Angeklagten betreten einzeln den Saal. So konzentriert sich die Aufmerksamkeit des gesamten Saales auf einen Mann. Als erster erscheint Hermann Göring. Doch es gibt technische Probleme. Göring war nicht in der Lage, Lord Lawrence zu hören. Er sagte, etwas sei mit seinem Kopfhörer nicht in Ordnung. So gab es eine merkwürdige Verzögerung bei Göring. Sie nahmen ihm den Kopfhörer weg und gaben ihm einen anderen. Dann stand Göring auf und Lord Lawrence verkündete das Urteil. Angeklagter Hermann Wilhelm Göring. Aufgrund der Anklagepunkte, derer sie schuldig gesprochen wurden, verurteilt sie das internationale Militärtribunal zum Tod durch den Strang. Angeklagter Rudolf Hess. Aufgrund der Anklagepunkte, derer sie schuldig gesprochen wurden, verurteilt sie das Militärtribunal zu lebenslänglicher Haft. Angeklagter Joachim von Ribbentrop. Aufgrund der Anklagepunkte, derer sie schuldig gesprochen wurden, verurteilt sie das Militärtribunal zum Tod durch den Strang. Angeklagter Julius Streicher. Aufgrund der Anklagepunkte, derer sie schuldig gesprochen wurden, verurteilt sie das Militärtribunal zum Tod durch den Strang. Alle Angeklagten bekamen ihre Urteile. Drei wurden freigesprochen, sieben erhielten unterschiedliche Zeitstrafen und zwölf bekamen die Todesstrafe an diesem Tag. Sehr ernst nahmen sie die Urteile entgegen. Es gab keine Gefühlsausbrüche im Saal. Ein sehr formelles Ereignis. Auch für Alfred Jodel und Wilhelm Keitel, Fritz Sauckel und Ernst Kaltenbrunner, Hans Frank und Alfred Rosenberg heißt das Urteil Tod durch den Strang. Martin Bormann wird in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Baldur von Schirach und Albert Speer bekommen 20 Jahre Gefängnis, Karl Dönitz nur 10. Für seinen Verteidiger ist das hinsichtlich der Bedeutung seines Mandanten fast einem Freispruch gleichzusetzen. Da hatte man eben doch den Eindruck, dass man an einem Verfahren teilnimmt, in dem dann doch die ganze Wucht eines verlorenen Krieges und auch die Wucht eines begangenen Unheils auf einige wenige Menschen sich konzentriert. Hitlers Vizekanzler Franz von Papen, Reichsbank-Präsident Jalmar Schacht und der Goebbels-Mitarbeiter Hans Fritzsche zeigen sich erleichtert der Presse. Doch den drei freigesprochenen Angeklagten fällt es schwer, ihre Freiheit zu genießen. Die deutschen Zivilbehörden haben angekündigt, sie zu verhaften und vor ein deutsches Gericht zu stellen. Drei Tage und Nächte bleiben sie auf eigenem Wunsch weiter im Gefängnis und trauen sich nicht, ihrem eigenen Volk gegenüber zu treten. In den Zellen bereiten sich die Naziführer auf ihre Hinrichtung vor. Hermann Göring bittet darum, erschossen zu werden. Sein Gesuch wird abgelehnt. Ehefrau und Tochter dürfen den Gefangenen besuchen. Emmy Göring glaubt noch immer, man werde ihren Mann nicht aufhängen, sondern auf einer Insel internieren, wie Napoleon. Göring versichert ihr, aufhängen werden sie mich nicht. Schon vor Monaten hat er sich mit dem amerikanischen Wachsoldaten Tex Willis angefreundet, der für ein signiertes Foto oder andere Erinnerungsstücke Göring gerne einen Gefallen tut. Immerhin befinden sich im Lagerraum des Gefängnisses zahlreiche Koffer und Taschen, die dem Reichsmarschall gehören. Ein amerikanischer Armeefotograf macht am 16. Oktober 1946 in einem der Zellenblocks diese Aufnahmen. An diesem Abend gibt es Kartoffelsalat mit Würstchen. Die meisten Todeskandidaten wissen nicht, dass sie ihre Henkers-Mahlzeit essen. Hermann Göring hat in Erfahrung gebracht, dass die Hinrichtungen noch in dieser Nacht stattfinden sollen. Rund um die Uhr werden die Häftlinge angestrahlt und ständig beobachtet. Um Viertel vor elf sieht ein Wächter, wie Göring einen Arm übers Gesicht legt und kurz darauf zu röcheln beginnt. Obwohl sofort ein Arzt dabei gerufen wird, stirbt der Nazi Nummer eins binnen weniger Minuten. Oberst Andrews hat seinen prominentesten Delinquenten verloren. Wie Göring an die Zyankali-Kapsel gelangte, ist bis heute ungeklärt. In seinem Abschiedsbrief behauptet er, sie seit seiner Verhaftung bei sich getragen zu haben. Nach reiflichem Überlegen habe ich mich entschlossen, selbst in den Tod zu gehen, schreibt er, und mich nicht auf diese Weise durch meine Feinde hinrichten zu lassen. Eine Viertelstunde nach Mitternacht reist Oberst Andrews die Zellentüren im ersten Stock auf, um den Häftlingen nochmals die Todesurteile vorzulesen. Nur eine Handvoll Journalisten darf über die Hinrichtungen berichten. Hier ist Arthur Gaith mit einem Bericht aus Nürnberg für den Vereinigten Amerikanischen Rundfunk. Ich war Augenzeuge der Hinrichtung der Welten verdorbenen Blüte des Nazituums. Dort in der 43 mal 78 Fuß großen Halle, die die Streitkräfte bis letzten Sonntag für ihre Basketball Spiele genutzt hatten, fanden wir die Hinrichtungskammer vor. Auf der hinteren Breitseite des Gebäudes hatte man drei Schafotte montiert. Die Falltüren waren mit schwarzen Vorhängen dem Blick verborgen worden. Es herrschte eine Well-lighted Room gave no air of morbidity. It was all a precise businesslike impersonal operation. Doch ich habe nur zehn Nazis sterben sehen. Wilhelm Hermann Göring in allen vier Anklagepunkten schuldig gesprochen, der Mann, den Jackson beschrieb als Halb-Militarist, Halb-Verbrecher, entkam seiner Hinrichtung, indem er um 10 Uhr 45 letzte Nacht Selbstmord verübte, weniger als drei Stunden bevor er exekutiert worden wäre. Die Leichen werden noch in der Nacht nach München gebracht und verbrannt. Die Asche streut man in den Konvenzbach, einen Seitenarm der Isar. Die